Auf eigenen Beinen stehen, Margarete Steif und der Knopf im Ohr. Vorlaut und eigensinnig bist du und denkst nur an dich, sagt Mutter Steif. Margarete, du gehst in die Schule und dass du mit beiden Beinen auf dem Boden bleibst, sagt der Vater. Dringend was lernen muss ich, damit ich hinterher nicht dumm dastehe, sagt die kleine Margarete in dem gleichnamigen Film von Xaver Schwarzenberger. Das dumm dastehen war gar nicht möglich, denn das Mädchen hatte Kinderlähmung und konnte sich gar nicht ohne fremde Hilfe auf den Beinen halten. In der gottesfürchtigen schwäbischen Provinz sahen nicht wenige diese Erkrankung als eine Strafe des Herrn. Im Handkarren musste das Kind zur Schule gebracht und ins Klassenzimmer getragen werden. Am 24. Juli 1847 wurde Apollonia Margarete Steif im württembergischen Gingen an der Brenz als drittes von vier Kindern geboren. Den Schulbesuch musste sie sich erkämpfen, denn der kostete, und den Notgroschen wollte die Mutter eigentlich für andere Zwecke aufsparen. Entsetzt sah der Lehrer, dass das Mädchen mit der linken Hand schrieb, und wollte es ihr verbieten. Als er entdeckte, dass ihre rechte Hand steif war, ließ er sie gewähren. Margarete war eine lernbegierige Schülerin, und sie machte größere Fortschritte als die anderen, da sie ihre Zeit nicht mit Rumtoben verbringen konnte. Stattdessen lernte sie. Im fernen Ludwigsburg wurde eine neuartige Behandlung für Gelähmte angeboten. Die Steifs hofften, dass der Rat der Gemeinde für die sehr teure Therapie Gelder zur Verfügung stellen würde. Doch die Widerstände waren groß, und erst nach langem Hin und Her gab der Rat sein Platzet. Voller Zuversicht traten Mutter Maria und die achtjährige Margarete im Frühjahr 1856 die beschwerliche Reise in die große Stadt an. Die Behandlung war schmerzhaft, blieb allerdings erfolglos. Dass sie niemals werde gehen können, wusste Margarete nun. Weil sie die Deutungshoheit über ihr Leben nie aus der Hand gegeben hatte, erklärte sie sich von nun an für austherapiert, mithin für gesund. Es macht keinen Sinn, immerzu seinen Beinen nachzujammern, wenn einem das Leben davonläuft. Mit dem ihr eigenen Möglichkeitssinn erwog Margarete eine Schneiderlehre. Gegen den Willen der Mutter setzte sie den Besuch einer Nähschule durch, die sie im Alter von 17 Jahren erfolgreich abschloss. Auch drei ihrer Schwestern besuchten diese Schule. Zusammen nähten sie nun in der elterlichen Stube Kleider und Nadelkissen für den örtlichen Markt. Die älteren Schwestern Pauline und Marie eröffneten im Jahre 1862 eine Schneiderei. Margarete half dort tatkräftig mit und führte nach acht Jahren den Betrieb allein weiter. Sie hörten eine Hörprobe aus der Reihe Frauen einfach genial – Erfinderinnen von Barbara Sichtermann und Ingo Rose gesprochen von Katja Schild Weitere Informationen und Downloadmöglichkeiten zu diesem Hörbuch und dieser Hörbuchreihe mit Biografien außergewöhnlicher Frauen sowie dem Verlagsprogramm von CC Live finden Sie im Internet unter www.frauengenial.de sowie www.cclive.de Viel Spaß beim Stöbern und Hören! Katja Schild